Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder weiter mit drei Bücher, die... Denn ich habe zwei neue Aufgaben genannt bekommen unter den letzten Videos und auch via Instagram und ich werde jetzt die 13. Edition sozusagen drehen, nämlich das Thema drei Bücher, die ich super gerne nochmal zum ersten Mal lesen würde. Und diese Frage kommt ja durchaus häufiger mal vor, weil es natürlich Geschichten gibt, die, wenn man das Ende kennt, die ganze Geschichte nochmal umdrehen. Das heißt, überraschende Wendungen, die den Blickwinkel der Erzählung im Grunde irgendwie auf den Kopf stellen und dementsprechend kann es hier jetzt auch irgendwie zu Spoilern kommen, weil ich möchte natürlich bei den drei Büchern, die ich gewählt habe, auch einfach erklären, was da so ein bisschen der Twist war und warum ich es deswegen gerne nochmal so ganz unvoreingenommen lesen wollen würde. Es gibt natürlich ein paar mehr Geschichten, die gewisse Wendungen haben, die man so nicht hat kommen sehen, aber ich glaube, so die drei, die ich hier habe, sind schon die, wo ich mir immer mal wieder beim Re-Read denke, ach ja, wenn ich das und das noch nicht wüsste, das wäre irgendwie cool. Also es kommt auf jeden Fall irgendwie zu Spoilern zu diesen drei Büchern und ich packe euch die Bücher unten in die Infobox und auch die Playlist, wenn ihr die anderen Folgen euch anschauen wollt und ja, schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir starten mit, ja, John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Buch, das ich, ja, ich glaube, gefühlt einmal im Jahr lese, auch schon im Englischen gelesen habe und ich bin auch ein großer Fan der Verfilmung. Auch wenn die den Fokus ein bisschen anders legt, finde ich es trotzdem sehr gelungen, die Gefühle zu transportieren. Ja, wir haben hier zwei junge Menschen, die, ja, sich kennenlernen bei einer Krebs-Selbsthilfe-Gruppe und wir begleiten Hazel Grace eben, ja, durch ihre Zeit, ja, wie sie das so empfindet, wie sie zu Hause unterrichtet wird, den engen Bezug zu ihren Eltern und dann eben auch, wie sie zu Augustus, ja, eine Freundschaft entwickelt, wie sie das überhaupt zulässt, weil sie von sich selbst immer sagt, sie ist im Grunde so etwas wie eine Handgranate, die irgendwann losgeht und sie möchte so wenige Opfer wie möglich in ihrem Leben schaffen und es ist für sie schon schlimm genug zu wissen, dass sie ihre Eltern im Grunde zurücklässt und, ach, direkt wieder Gänsehaut, weil das wirklich ein Thema ist, was ich auch im bekannten Familienkreis, auch im näheren Umkreis festgestellt habe, dass oft Menschen, die eben gewisse Krankheiten haben, oft sagen, naja, mir geht es gar nicht um mich, denn ich bin am Ende tot, aber ich hinterlasse ja Menschen, denen ich etwas bedeutet habe und das ist tatsächlich, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was man mit sich mittragen kann, wenn man eben krank ist. Und es gibt am Ende ja dann, also beide werden ein Liebespaar, beide haben eine ganz wunderbare Zeit und eigentlich ist Augustus auch schon mehr oder weniger geheilt, doch dann kommt der Krebs zurück, er kommt sehr radikal zurück und dann stirbt Augustus. Und eigentlich, weiß ich noch, beim ersten Mal lesen, habe ich immer wieder Abschied von Hazel Grace genommen. Immer wieder dachte ich, dass wir ihre Geschichte ja lesen und erfahren, wie sie am Ende vielleicht glücklich mit doch noch einem Freund im Leben stirbt. Ich hatte kein Happy End erwartet, also das war überhaupt nicht an meiner Erwartungshaltung und ich weiß, dass deswegen auch dieses Buch immer so ein bisschen, ja so dieses Krebsbuch ist und verschrien ist und dass das ganz traurig ist. Und ja, es ist traurig. Wir verlieren hier einen jungen Menschen, der in den letzten Wochen seines Lebens eine Freundschaft, eine Liebe aufgebaut hat, der nochmal Teil von etwas werden durfte, was er auch nicht erwartet hat. Aber dadurch, dass wir die Geschichte ja von Hazel Grace eigentlich begleiten, war mein erstes Mal lesen immer so, oh Gott, wann passiert ihr was? Und dann passiert mittendrin auch etwas mit ihr, weswegen sie so ein bisschen geschwächt ist und auch sich wieder aufgibt. Und als wir dann eben Gas verlieren und er ihr einen Abschiedsbrief schreibt und das ist so ein wunderbarer Moment in diesem Buch, der mich wirklich weinend und lächelnd zurücklässt. Immer wieder gibt mir dieses Buch Hoffnung im Sinne von, das Leben ist zu schön, man muss das jetzt genießen, man muss die kleinen Momente genießen. Und es ist immer wieder für mich wirklich eigentlich ein optimistisches Buch. Und auch wenn wir dann irgendwann wissen, wir werden Hazel Grace ja irgendwie verlieren, tun wir das nicht in der Geschichte. Und ich bin anfangs überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass wir Gas verlieren. Das war für mich so, so, so schlimm. Und ich war wirklich zutiefst traurig, obwohl es ja nur ein Buchcharakter ist. Also nur, ne? Aber er steht ja für so viele junge Menschen, die irgendwie den Kampf gegen eine Krankheit, gegen Krebs und so weiter verlieren und die werden einfach aus ihrem Leben gerissen. Und ich hätte einfach gedacht, wir verlieren Hazel Grace und nicht Gas. Und dass wir dann eigentlich irgendwie, ja. Und das war für mich so diese Wendung, wo ich denke, ich würde das Buch super gerne nochmal das erste Mal lesen, wo mich der Tod überrascht, wo ich mich vielleicht nicht mehr ganz so mit Hazel Grace verbinde. Verbinde, oder bist du, also jetzt verbinde ich mich nicht mehr ganz so mit ihr im Sinne von, ich weiß ja, dass sie zumindest das Buch überlebt, aber, also, ich hoffe, ich konnte es irgendwie klar machen. Ich habe da ganz viele Gefühle für dieses Buch, wie ihr merkt. Und es berührt mich immer wieder aufs Neue. Und ich würde einfach gerne nochmal ganz tief mit Hazel Grace gehen und dann eben nicht wissen, dass Gas stirbt und in welches Loch wir mit ihr fallen. Und, ja, also, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Absolutes Lebenslese-Highlight kann ich nur empfehlen. Dann zu einem etwas ungewöhnlichen Buch, und zwar das Jesus-Video von Andreas Eschbach. Wohl auch mit eines der älteren Bücher, die hier rumstehen, was ich schon drei oder vier Mal gelesen habe. Ich kenne auch die Verfilmung, die so semi-gut war. Und wir haben hier ja einen jungen Mann, der bei einer archäologischen Untersuchung dabei irgendwie ist. Also, wenn eben was ausgebuddelt wird, irgendwo in Israel waren wir, glaube ich, unterwegs. Und wir finden dort einen Mann, der, also, natürlich schon einfach eine Leiche ist und tot ist und vermummt ist, so ist das richtige Wort, also mumifiziert, so muss ich es ausdrücken. Und neben ihm liegt aber eine Kamera. Und zwar ein Modell, das ist zu der Zeit, als wir es hier ausgraben, was noch gar nicht existiert. Und dazu kommt dann eben auch noch, ich glaube zumindest so war es, und dazu kommt dann eben auch noch, dass wir hier auf der Kamera Bilder haben, die vor 2000 Jahren entstanden sind und eben das Grab oder das frische Grab von Jesus Christus zeigen. Und nein, es ist überhaupt kein religiöses Buch. Es hat auch gar nichts irgendwie damit zu tun, war Jesus Gottes Sohn oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass wir hier ja scheinbar einen Zeitreisenden gefunden haben, der uns zumindest über die Kamera berichtet, dass hier könnte tatsächlich Jesus gewesen sein, ist natürlich schon Spannung genug. Und deswegen würde ich dieses Buch sehr gerne nochmal neu lesen. Und das ist einfach das geniale Ende dieses Buches. Weil man natürlich mitreist mit den beiden, die im Grunde diesen Zeitreisenden finden. Es gibt verschiedenste Organisationen, die etwas dagegen haben. Wir haben Organisationen, die an der Zeitreise dran sind, die im Grunde auch genau erklären können, wie und was und warum liegt man hier. Im Grunde liegt hier jemand, der tatsächlich irgendwie Zeitreise dokumentiert hat. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist sehr tiefgründig. Ich mochte das Buch wahnsinnig gerne. Und am Ende haben die beiden, die im Grunde sich bei den Ausgrabungen kennengelernt haben, sind in einem Café oder in einem Restaurant und treffen einen jungen Mann mit genau der Kamera, der im Grunde erzählt, oh hier das neueste, geilste Modell und ich freue mich so. Und der im Grunde dann unser Zeitreisender ist. Und ich fand das so ein wahnsinnig großartiges Ende, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das wirklich sich so logisch erklärt und man jetzt eben annimmt oder ja eigentlich damit den Beweis bekommt, dass dieser junge Mann der Zeitreisende ist. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir es irgendwie offen lassen, dass wir es so im Raum stehen lassen, aber dass Andreas Eschbach hier wirklich diesen Weg geht und uns diesen jungen Mann, der der Zeitreisende wird, den wir dann eben auch finden, das finde ich einfach großartig. Das finde ich einfach genial. Die Verfilmung macht es ein bisschen anders. In der Verfilmung ist nämlich auch Steve, Stefan, wie heißt der im Buch? Heißt der ja, glaube ich, anders. Steven, genau, im Buch und Steffen, glaube ich, dann in der Verfilmung. Da ist es ja so, dass er im Grunde diese mumifizierte Leiche findet mit der Kamera und sich am Ende herausstellt, dass er sich selbst gefilmt hat, als er der Zeitreisende ist. Das heißt, er ja eigentlich neben seiner Leiche steht, was diese ganze Zeitreise ja eigentlich an Absurdum führt. Aber sei es dahingestellt. Aber das Buchende, dass wir hier wirklich eine logische Erklärung für Zeitreisen bekommen, plus unseren toten Zeitreisenden finden, als er sich gerade auf den Weg macht, einfach nur bombastisch gut. Und ich wäre manchmal gerne noch ein bisschen länger unwissend gewesen. Also von daher. Aber großartiges Buch kann ich auch jedem nur empfehlen. Und dann, glaube ich, ein Buch in der Hand zu halten, wo es sich ganz, ganz viele wünschen, zumindest die Potterheads unter uns, die gerne eben nicht wüssten, wie die Verstrickungen rund um Professor Snape sozusagen sich zu Tage tun. Ja, ich glaube, zu Harry Potter muss man gar nicht mehr viel sagen. Ein elfjähriger Junge, der im Grunde dem Schlimmsten aller Zauberer entkommen ist, der überlebt hat, der Zauberer irgendwann wiederkommt, noch dunkler, noch böser. Und dann am Ende sich eben zeigt, dass der Professor, den er eigentlich am meisten hasste und von dem er auch am meisten gepiesagt wurde, dass er eigentlich in seine Mutter verliebt war, eine große Liebe gespürt hat, sich deswegen auch von der dunklen Seite wieder zur hellen Seite begeben hat. Und die Liebe zur Mutter von Harry Potter eben so groß ist, dass er eben auch ihrem Sohn weitergeholfen hat. Und für mich macht das Sarah Snape nicht zu einem komplett besseren Menschen. Es entschuldigt für mich auch nicht die Bösartigkeiten, die Harry hat in sechs Jahren und auf dem siebten Jahr, wobei das ja kein Schuljahr mehr war, hat leiden lassen. Nein, es macht auch Sarah Snape nicht zu meinem Lieblingscharakter, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich mag ihn deswegen trotzdem nicht. Aber ich mag ihn eine Spur mehr, weil er am Ende einfach doch das Richtige tut. Weil er es seit dem Tod von Lily Potter immer wieder getan hat, wenn er auch aus seiner Haut nicht raus konnte und einfach diesen Hass gegenüber Harrys Vater und dann auch im Grunde gegenüber Sirius, dem Paten und Remus, dem besten Freund auch von seinen Eltern, nicht irgendwie darüber hinweggekommen ist. Aber so dieses Puzzleteil, was sich am Ende aufbaut und wenn man die Reihe dann liest, dann spürt man, dass da im Hintergrund etwas ist. Man spürt, warum Dumbledore immer so vertrauenswürdig war, warum andere Lehrer irgendwie da mitgezogen sind, ohne dass sie es auch so richtig wussten. Und das macht es für mich schon wirklich brillant. Also da kann man über J.K. Rowling sagen und denken, was man möchte, dass sie diese Geschichte rund um Sarah Snape so fein eingewoben hat. Nein, man erahnt es nicht. Also ich glaube auch nicht, wenn man es weiß, dass man es irgendwo erkennt, aber man spürt, dass irgendwo immer mal wieder Dinge fallen, wo am Ende man einfach merkt, ja, natürlich konnte es einfach nur diese große Liebe von Sarah Snape zu Lily Potter oder damals ja dann noch Lily, Name weg, sein. Und ich würde gerne Harry Potter nochmal ganz frisch lesen, ohne meine Erinnerungen und dann einfach nochmal so überrascht sein über hier, was ausgespuckt wurde mit Sarah Snape und ja, also dieser bekannte Mindfuck sozusagen, was da dahinter stand. Und das ist so ein schöner Moment und so ein mutiger Moment und das macht so viel schon wieder gut, aber eben auch nicht alle Bosartigkeit. Und ja, also daher auch Harry Potter super gerne nochmal zum ersten Mal. Und ich weiß gar nicht, das ist ja das letzte Buch. Ah, Nachtzustellung 2007 um 1.40 Uhr, Ende Oktober 2007. Oh mein Gott, dann wird das Ding echt 16 Jahre alt. Der letzte Band und 2011 im 3D-Kino. Naja, ja, ja, Harry Potter. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Bücher, wo man vielleicht mitgelitten hat, traurig war und dann Wendungen sich ergeben haben, über die man total überrascht ist. Es gibt natürlich auch Filme, ich glaube, da somit bekannt ist, ist wahrscheinlich so Fight Club, wo man irgendwie denken würde, ja, da wüsste man immer gern mal nicht mehr, was man schon weiß. Wenn ihr Bücher habt, die ihr super gerne zum ersten Mal lesen wollen würdet, sehr gerne in die Kommentare. Bitte so ein bisschen auf die Spoiler achten. Natürlich gerade, wenn eben alle anderen die Bücher vielleicht noch nicht kennen, das gerne so ein bisschen kennzeichnen. Aber würde ich mich sehr über den Austausch freuen und ob ihr das vielleicht bei einem der drei Bücher genauso seht. Und ja, das war jetzt mal wieder ein Teil zu drei Bücher, die ihr findet, Playlist und Bücher unten in der Infobox, wenn ihr das euch mal ein bisschen näher ansehen wollt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.